hallo leute ja ich hab weihnachtsboxen geöffnet und ich wollte euch mit euch jetzt einmal die schiffe anschauen video für video als erstes die maya takao klasse panzerung 16 mm also bei euch kommt alles rein ganz klassisch ob jetzt art miyoko nimmt oder so wenn schlachtschiffe euch auf euch schießen tut es einfach weh die besonderheit der maya ist einfach ihr habt die 203 mm die ewigkeiten nachladen 16,5 sekunden 30 sekunden dauer für eine drehung von 180 grad drehung von dem turm das ist ewigkeiten lange er schießt auch nicht so weit 15,3 das ist auch sehr sehr mau ihr habt aber gute torpedos 20.000 schaden die gehen aber auch bei 2,5 km auf die sind es ist wohl eher doch was für den nahkampf wasserbomben ihr habt keinen flieger bomben an A9 das ist sehr gut 40 sekunden ladezeit ist standard 46 ist auch okay für die tierspuffe flugabwehr ist auch ganz okay 155 ja gut wenn ihr auf ein tier 8 flugzeugträger stößt der macht euch natürlich zu schaffen typisch takao klasse 35,5 knoten 780 meter wendepreis ruderschnittzeit 8,1 ist okay das habe ich auch ein bisschen gebufft ihr geht auf 12 hier auf das ist sehr kräftig aber ich werde mal meine elite kapitän darauf schmeißen 11,2 ja das ist standard da werde ich jetzt noch mal 1,2 bonis rauf werfen wir haben so viel blaue kenten ep kann man auch immer gebrauchen ein bisschen free xp auch alles klar wie ihr seht hier 0 ep die ausrüstung noch mal ihr habt ein ihr habt ein reload nachladen booster der ist wahrscheinlich auch sehr wichtig ich habe ganz steuergetriebe habe ich reingehauen ihr habt eine reparatur das ist außerwitzig und ihr könnt wechseln zwischen defensiv flachsfeuer und hydro ich plädiere aber eher zu hydro ich mach mal den hier ran den hier rein den hier rein und wasser ein alles klar ich gehe einfach mal mit euch ins gefecht kurz angeschnackt und dann erste runde ihr seid damit bei ich werde die anderen schiffe auch noch mal so leicht vorstellen und dann einfach mal eine runde machen viele von von euch kennen die schiffe ja schon weil die schon länger drin sind ich bin mal auf die west virginia gespannt oh top tier um ein bier das ist auch ein schöner klaren name irgendwas wildes hier drinnen nagato ja nagato ganz sehr unangenehm 2 markirov die 180er auch hotnik das banana boot auch sehr schön so inseln sind unser freund also werden wir uns da auch mal gleich hinbegeben türme drehen sehr langsam ist ein he schiff ja auf jeden fall 4 7 und 3 ich frage ein rumor mal gucken was der für mich aufmacht ich weiß noch nicht ob ich hier gleich an der insel parken werde oder nicht die reichwarte der torpedos acht kilometer ja ist also eher was für den nachkampf wir sind dann die torpedowinkelgruben sehr gut ihr habt zwei werfer pro seite und das ist ja sehr nice aber f2 ist standard auf der auf der tierstufe für japanische kreuzer also wollen wir mal gucken ja mal schauen wie gesagt ob wir hier schon mal parken an der insel rpf ist drauf zeichnet natürlich auch ganz entspannt auf die ecke dort ist natürlich gleich perfektes match-up lobt hier halt hier mal nicht na grad aus trüben ist ja schon mal sehr schön also kommt jeder heinrich eventuell ich fahre jetzt erstmal hier mit viertelgeschwindigkeit und warte ob andrew was aufmacht oh guck mal hier woher kommen sie alle okay gepennt sehr schön was da eigentlich ich geh nicht auf das ist auch oh hier kommen sie alle bisschen tiefer ziehen ich probiere mal die api aus hier auf die astorias boah entleert oh entleert reload puste rein Oh, Hotneck ist draußen, sehr gut. Acht Durchschläge, ne? Prost Mahlzeit. Oh, du drehst schon ein, ja. Das war schon mal ganz gut hier. Jetzt kommt natürlich die lange Ladezeit zum Tragen. Das ist sehr schlecht. Und? Mein Gott, Alter. Probieren wir es nochmal auf die Miyoko hier. Oder auf die Miyoko, besser gesagt. Mit Schiff ziehen. Ich bin auf, das ist schlecht. Warum bin ich auf? Achso, deswegen. Nichts getroffen. Schönen Dank auch. Adlan, der schießt auf mich. Oh, ich will aber gleich mal wieder auf HE wechseln. Ein bisschen über Minimap ziehen. Oh, geht los. Okay, ähm, vielleicht im Lot-Tier-Bereich, äh, wenn ihr Heid-Tier seid, nicht unbedingt die AP besitzen. Ich nutze die Situation hier gerade sehr gut, um ein bisschen zu farmen. Der Heinrich kommt rum. Ich bin schon wieder auf. Ich bin schon wieder auf, okay. Ich schieße lieber nochmal mit auf den Heinrich. Der räumt hier nämlich auf. Oder macht meine Leute gut. Da ist zu. Ich fahr mal mit meinem Heinrich einfach mal nach vorne jetzt. Warum? Nee, Heinrich, du fährst doch jetzt ja nicht einfach rein, oder? Das war besser. Der dreht um. Die kommen nicht an mich ran. Oh, perfekt gezielt. Oh, wir jetzt hier Atlanta rausnehmen können. Ah. Kirov hat die Omonomo rausgenommen. Oh, das wird aber wild hier. Ich lade nochmal um. Ich will nochmal die AP testen. Oh, der sieht aus, als ob er seinen Feuerstoß benutzt hat. Oh, das war ja ein nächster Prall hier. Der will seine Torpedos einsetzen. Oh, der ist ja ein bisschen anwinkeln. Oh, man ist ja in der Regist. Abgebremst. Eindrehen. Toppedos laufen aus. Oh, ich muss nicht snacken unbedingt. Also, die Delfinger. Ich werde mich mal wieder ein bisschen in Sicherheit bringen. Jetzt brenne ich. Nee, du bist nicht. Oh, der haut ab. Wo ist die nächste Kino? Das sieht ja aus, was die daneben wird. Okay. Ah, das ist irgendwie verschwunden. Er dreht ein. Okay. Nachwarte, Booster. Das war ein schöner Treffer. Ich muss das auch eindrehen. Aber der fährt wohl voll in die Torpedos, ne? Nee, die laufen aus. Oh, nein, der Insel. Ja, der ist Geschichte. Oh, 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 Nagato. Ich bin drauf. Er ist zu. Schießt ihn? Oh, du. Schießt ihn? Oh, nein. Good night, ja. Oh, da ist die Maus, ob die was vorhat hier. Ich brenne es mal ab. Vielleicht noch mal anzünden. Nagato ist wirklich ein richtig gefährliches Schlachtschiff. Mit ihren 410ern oder was sie da hat. Aber ist halt auch sehr weich, ne. Eieiei. Der Finger hat unser Eintracht rausgenommen. Der will bestimmt hier noch mal mit rein. Schön ausgewichen. Dann werde ich jetzt hier mal Gute-Nacht-Grüße oder Wünsche verteilen. Achso, der ist da ganz hinten. Mal wieder abbremsen. Vielleicht krieg ich den nochmal angezündet. Ja, ihr seht es. Eure 16mm vorne. Was war das denn? Die 16mm vorne, die... ...laden natürlich ein zum... ...hier. Oh, oh Gott. Oh, okay. Oh, oh okay. Oh, einmal Reparatur habe ich noch. Z-31 hat noch mal was rausgenommen hier. Oh, er brennt ab. Hm. Ja, was soll ich sagen? Ist ein witziges Schiff. Schnell, gelenkig. Du hast Relebooster, du hast eine Heilung. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist zwar ein bisschen lahm, aber das ist so typisch die Takao-Klasse. 16,5 Sekunden Ladezeit ist natürlich sehr doll. Eure schlechte Panzerung stört manchmal ein bisschen. Ihr seid aber dafür relativ schnell auf Stufe 7. Die Torpedowingle sind ganz gut. Dass die jetzt auf 2,5 aufgehen, ist auch nicht so doll, aber... Fühlt sich eigentlich sehr stimmig an oder sehr vertraut. Also wenn man die japanischen Kreuzer gerne spielt, ist das schon ganz witzig. Aber ich würde die Arp-Schiffe oder Arp-Miyoko oder Arp-Takao, wie sie alle heißen, bevorzuge ich. Eher als die Arp-Maya, sag ich schon, als die Maya. Du hast einen Turm mehr, du hast also mehr ganz im Schiff und die Torpedos sind gefühlt besser. Die Abwurfwinkel der Torpedos von der Miyoko und Takao sind vielleicht nicht so gut, aber es ist eher ein defensives Schiff. Das ist ganz witzig hier mit dem Relo-Booster, so gewisse Situationen. Es sei denn natürlich, du schlägst nur durch, wie bei der Atlanta. Aber ansonsten, ja. Ist nice to have, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Leute, bevor ihr stirbt, müsst ihr nochmal die Maya fahren. Also dann kann ich euch, wenn die Arp-Schiffe mal wieder im Angebot sind, so eine Arp-Miyoko oder Arp-Takao, eher empfehlen als die Maya hier. Na, ist witzig. Ja, aber Farmer-Junge kriege ich jetzt richtig ein Geschenkchen. Und jetzt die Runde auch zu Ende. Zack. Aber ist ein Premium-Schiff. 39.000 Leben ist jetzt auch nicht die Welt. Aber ich glaube, es ist sogar mehr als die Arp-Schiffe. Jo, 1200 Base XP. 630.000. Wo bin ich nochmal hier? Ach ja, jetzt kommen die ganzen mehr Nachrichten. 39.200. Was hat die Arp-Miyoko? Ach, so viel. Alles klar, Leute. Also, bevor ihr euch die Maya holt, würde ich euch eher hier die Schiffe hier empfehlen. Ne, die haben ein bisschen weniger Ladezeit. Einen Turm mehr. Die Torpedo-Wingel sind eher nach hinten ausgerichtet, aber die Torpedos sind besser, vielleicht nicht vom Damage her. Aber, ähm, die gehen nur auf 1,6 auf. Alles klar, Leute. Und, ähm, ja, als nächstes kommt die Tokachi. Und, ähm, falls ihr Boxen öffnet, ich drück euch die Daumen. Mach's gut, ciao. Und, ähm, ja, als nächstes kommt.